ja heute leider nur sehr kurz wir haben hier ein bmw 320 diesel f34 gt haben leider heute nicht viel zeit auch thema kamera equipment ist heute leider ein bisschen mau geht um eine leistungssteigerung wir haben 184 ps und 380 newtonmeter machbar bei dem auto sind also knapp 40 ps und 70 newtonmeter mehr leistung das heißt so knapp 220 ps und 440 450 newtonmeter ich persönlich finde die form von dem auto relativ schön ja auch gerade das heck vom gt man hat drin sehr sehr viel platz wir haben eine achtgang wandlautomatik bei dem auto hier wir haben einen komfort zugang ja also relativ passable gute ausstattung wir haben gesehen an scheinwerfer wir haben schöne 19 zöller ja leider wie schon gesagt heute nicht viel zeit deswegen tut es mir leid hier nur ein kurzes video es werden auch leider keine tacho videos folgen und keine sound file macht auch keinen sinn bei dem motor jetzt würde ich sagen im nächsten video wieder vollgas bis dann da so Untertitelung des ZDF, 2020